Liebe Freunde von Steinzeit, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute darf ich ein Gespräch führen mit einem Herrn, der sich selber als Quasselstrippe bezeichnet. Ich bin echt interessiert daran, warum er sich so bezeichnet. Vor allem ist der Macher von Mainz3TV und ich freue mich sehr auf den Talk mit Bodo Schickentanz. Bodo, grüß dich, hallo. Hi Robert. Also du bist ja im Schlepptau von dem Markus Fiedler hier gekommen. Ihr seid beide aktiv an dem Film beteiligt gewesen. Du hast da aktiv mitgearbeitet und ich hatte gestern die Gelegenheit, dass wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns jetzt gerade erst ein paar Stunden. War sehr intensiv gestern, unser Austausch. Also war recht toll. Und jetzt gleich vorweg, warum hast du den Eindruck, dass Quasselstrippe für dich die beste Bezeichnung ist. Weil es einfach stimmt. Ich bin eine Quasselstrippe. Also man muss dich nicht zwingen, dass du redest oder so. Nein. Das war auch noch nie so. Im Gegenteil. Man muss mir, um mich daran zu hindern, zu sprechen, muss man mir ins Wort fallen. Okay. Also ich habe das auch einfach jetzt deswegen gemacht, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen, wenn ich außerhalb von Mainz3TV bei anderen auch zu einem Interview eingeladen worden bin, war es immer so, dass in den Kommentaren irgendjemand gesagt hat, kann diesem Knaben nicht mal jemand unterbrechen und das Wort wegnehmen. Deswegen komme ich jetzt quasi mit der, gehe ich halt in die Offensive und sage gleich, ich bin eine Quasselstrippe. Das ist das Branding. Genau. Dann kann sich keiner mehr hinterher beschweren. Also ich finde das sehr sympathisch. Mir geht es da ähnlich. Mich muss man also auch nicht zwingen, dass ich meine Lippen bewege. Das hat man mir auch schon öfters vorgeworfen, dass das zu anstrengend wäre. Aber so ist es halt. Es gibt Leute, das sind die Schweiger. Die haben so 4000 Worte. Der durchschnittliche Mensch spricht so ungefähr 40.000 Worte am Tag. Und wir haben halt 160.000 oder so. Ja, dafür sitzen wir ja auch hier. Also dann ist das geklärt. Und man kann ja die Worte auch noch mehrfach verwenden. Ja, es ist geklärt. Ich finde es auch in solchen Themen, wie wir haben, können mehr Worte gar nicht schaden. Heute sprechen wir aber nicht über euren Film, den ihr damals gemacht habt, nämlich Zensur und Wikipedia und das ganze Thema. Wobei Robert, euer Film ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist Markus' Film, ganz eindeutig. Er hat mich gebeten, ihm da eine Grafik zu machen. Und da ich von seinem ersten Film schon so begeistert war. Und er mich dann irgendwann anrief, weil er mitgekriegt hatte, dass ich halt in dem Metier tätig bin. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das für ihn machen würde, diese Grafik am Schluss. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Gut, die Bescheidenheit ehrt dich. Aber ich denke halt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Menschen. Kannst dir auch schon ein bisschen an unsere Wehr helfen. Also stolz drauf, dass ich damit mithelfen konnte. Und weil ich den Markus auch sehr mag. Also gar kein Thema. Genau. Wir haben uns aber ein anderes Thema ausgesucht. Ja, also wir sprechen ja über verschiedene Themen in unserem Gespräch. Das haben wir ja gemerkt. Wir springen von einem. Wir machen Themenhopping, also Verschwörungshopping so mehr oder weniger. Verschwörungshopping? Ja, weil wir haben ja immer wieder Themen, die mehr oder weniger gesellschaftliche Relevanz haben. Und da geht es halt immer um Hintergrundstrukturen, um Mächte, die im Hintergrund agieren. Und das Wort Verschwörung ist halt da der gängige Satz dafür oder der gängige Ausdruck. Wir wollen uns über ein Thema, mit einem Thema beschäftigen, wo viele sagen, oh Mann, es ist doch kalter Kaffee. Das ist doch schon lange vorbei. Es geht um JFK. Hier nochmal der Buchtipp von Matthias Brückers, der 2013 zum 50-jährigen Todestag von JFK dieses wirklich fantastische Buch rausgebracht hat. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Habe es schon ein paar Mal gelesen. Ich werde es bestimmt auch noch mal lesen, weil mir ist aufgefallen, wenn man ein Buch zum zweiten, dritten Mal liest, sind da Sachen drin, die hat man beim ersten Mal noch gar nicht so wirklich, wie wenn du einen Film zweimal anguckst. Das habe ich noch gar nicht gewusst, das habe ich noch gar nicht gehört. Also man hat den Fokus immer woanders. Deswegen immer mal mehr lesen. Und wir wollen uns deshalb über JFK unterhalten, weil es gibt eine aktuelle Situation. Und zwar ist die Ausgangssituation so, dass 1992 in Amerika ein Gesetz verabschiedet worden ist. Ich habe jetzt den genauen Terminus nicht mehr drin. Es ging irgendwie Kennedy Assassination Review Board Act. Also irgendwie ging es darum, dass man sich nochmal die ganze Sache angeschaut hatte und beschlossen hatte, dass spätestens 25 Jahre später, also 2017, alle noch verbliebenen Akten veröffentlicht werden müssen. Und das ist quasi jetzt. Es gab schon die ersten Tranchen, die veröffentlicht worden sind. Die werden jetzt peu a peu herausgebracht, die ganzen Akten. Und darüber wollen wir uns unterhalten, was du bisher mitbekommen hast von diesen neuen Veröffentlichungen und was das natürlich im Umkehrschluss für uns alle bedeutet, um das Bild einer wirklich großen historischen Geschichte nochmal neu aufzudecken. Daran wollen wir uns ein bisschen lang entangeln an diesem Strang. Ja, da muss man aber vielleicht noch vorweg sagen, damit die Zuschauer es auch verstehen. Also jetzt erstens mal, also ich will jetzt nicht sagen, du hast mir das Thema aufgedrängt. Du hast es vorgeschlagen und ich bin sofort mit darauf eingestiegen, weil neben 9-11 ist JFK etwas, womit ich mich sehr, sehr intensiv befasst habe. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich bin auch über die aktuellen Veröffentlichungen, die jetzt gerade passiert sind, außer dieser Geschichte mit dem Bürgermeister, habe ich noch nichts mitgekriegt. Aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, genug Background-Wissen, dass wir da eine Sendung mit füllen können. Zwei. Zwei. Mindestens. Also für mich war es so eine Art Erwachungserlebnis, Bewusstseinserlebnis, als ich 1991 den Film von Oliver Stone angeschaut habe. Das ist ja auch der Grund, das weißt du, dass diese Veröffentlichung nach vorne gezogen worden ist. Ursprünglich war es ja noch weiter hinten. 75 Jahre später hat der Anwalt in dem Film gesagt, dass er quasi seinem, also Jim Garrison, der Anwalt von New Orleans, der diesen Fall damals in den 60er Jahren aufgegriffen hat, wird in dem Film von Kevin Costner gespielt, von Oliver Stone. Grandios inszeniert, finde ich. Also wirklich Hollywood at its best. Das Enfant terrible von Hollywood. Oliver Stone hat natürlich dann mal wieder den Stachel ins Fleisch getrieben, der Mächtigen. Und in dieser Schlusssequenz, also der Film mündet, quasi in dem Schlussplädoyer von Jim Garrison, von diesem Anwalt, da empfiehlt er eben in so einem Anfall von Wut auch richtig, dass er seinem Sohn, seinem zehnjährigen Sohn, eine gesunde Lebensweise an den Tag legt, damit er in 75 Jahren, wenn dann irgendwann in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts, quasi die Akten dann endlich freigegeben werden. Und jetzt haben die aber aufgrund des öffentlichen Drucks von diesem Film, haben die da nochmal neu, aha, jetzt müssen wir was tun. Und der Senat hat dieses Gesetz verabschiedet, dass eben spätestens 2017 das veröffentlicht werden muss. Ist eigentlich auch ein Unding. Wieso haben sie es nicht gleich 93 veröffentlicht? Ja, also da sieht man ja schon wieder, dass da gemauschelt wird, ja. Aber was erwartest du denn, was da jetzt passieren wird wahrscheinlich? Also ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel. Ich denke mal, dass das meiste an wirklich aussagekräftigen Beweismitteln ist wahrscheinlich schon kurz nach der ganzen Geschichte verschwunden. Von einigen Dingen wissen wir es ja auch. Ja, es ist ja zum Beispiel so, dass das Gehirn es ja noch nicht mal geschafft hat vom Dallas Parkland Hospital in das Mephesda Marine Hospital in Washington, ja, weil es auf dem Weg dorthin auf rätselhafte Art und Weise verschwunden ist. Der Pathologe? Parkland Hospital war das Krankenhaus, wo Kennedy direkt nach dem Anschlag hingebracht worden ist. Genau. Und dann hat man ihn mit der Air Force One quasi weitertransportiert und auf dem Weg ist es irgendwie verschwunden. Also rein rechtlich war es ja so, dass die Pathologen in Dallas die Möglichkeit gehabt hätten oder eigentlich wäre es ihr Recht gewesen, die Pathologen hätten in Dallas die Autopsie machen können, dürfen, müssen, weil der Fall, weil das Attentat ja in Dallas passiert ist. Ja, aus einem unerfindlichen Grund haben aber die Sicherheitskräfte und der Secret Service dafür gesorgt, die haben denen quasi die Leiche da aus dem Operationssaal rausgezerrt. In einen Zinks, in einen noblen Sarg, also den teuersten, den sie finden konnten, ja, haben sie ihn eingebettet, haben ihn den Kopf umwickelt mit einem Seidentuch. Da gibt es auch eine Zeugenaussage von dem Knaben, der das gemacht hat, der ihn dort in diesen Sarg reingelegt hat, ja, und hat gesagt, das war ein bronzefarbener Prunksarg, ich sag's jetzt mal etwas übertrieben, ja, also es war, wie gesagt, war ja nicht damit zu rechnen, das war das teuerste und das edelste, was sie finden konnten, ja, und der Gerichtsmediziner Paul O'Connor, ja, der im Mephesto Marine Hospital in Washington, ja, das Ding, also Kennedy quasi autopsiert hat, die Autopsie gemacht hat, hat gesagt, der Leichnam von Kennedy ist in einem Zinksag dort hineingebracht worden, in einem ganz normalen Sarg, in dem man Leichen transportiert, in einem schwarzen Plastiksack. Das heißt, er wurde umgebettet? Er wurde umgebettet. Irgendwas ist zwischen Dallas und Washington passiert. Ja, okay. Und er sagte auch, also seine Aufgabe wäre es unter anderem, es ist eigentlich ein übliches Prozedere bei einer Autopsie, dass der Schädeldach geöffnet wird und das Gehirn rausgenommen wird und gewogen wird und so weiter und so weiter, ja. Bei Kennedy war ja nun schon der Schädel mehr oder weniger offen und dieser Paul O'Connor bemerkte dann, dass er sagte, es war gar kein Gehirn mehr da, dass ich hätte wiegen können. Also es ist nicht nur so, ich meine, die Ärzte in Dallas hatten schon gesagt, ein Großteil der Hirnmasse fehlte durch den Kopfschuss, ja, aber in Washington war dann auf einmal gar kein Gehirn mehr da. Okay. Und das lässt natürlich den Rückschluss zu, dass man das Gehirn entfernt hat, um gewisse Spuren des Eintrittskanals, des Schusskanals zu verstecken. Also man hätte natürlich in der Autopsie dann ganz klar sagen können, er war zu dem Zeitpunkt des Eifpreises, des Geschosses an der Position, die Flugbahn lässt sich quasi triangulieren oder Rückschlüsse ziehen und dann wäre man wahrscheinlich nicht auf das Texas School Book Depositorium 6. Stock, wo Oswald angeblich stand, gestoßen, sondern irgendwo am Grassy Noll oder sonst irgendwo auf der Dealey Plaza. Weil der Punkt ist ja der, wir reden ja beim Fall JFK von der offiziellen Version, sprich Oswald, drei Schüsse aus dem Schulbuchlagerhaus aus erhöhter Position von hinten auf den Wagen. Jetzt lassen wir mal alles weg, wie möglich das ist. Es ist versucht worden von Spezialisten, die haben versucht aus diesem Schulbuchlagerhaus Kennedy zu treffen. Also die haben Jahre später, das war eine offizielle Untersuchung des Kongress in den 70er Jahren, haben die das Attentat quasi komplett nachgestellt. Die haben sich diese Limousine nochmal besorgt, ob das die Originallimousine oder nur eine vergleichbare war, ist ja auch egal, haben da Dummies reingesetzt, haben die unten diesen Weg fahren lassen und haben versucht, diese Scharfschützen haben versucht, mit diesem Gewehr, mit dieser männlichen Karkano, Kennedy dort zu treffen. Als Scharfschützen, als Profis. Keiner hat es geschafft. Erstes Mal bewegte sich das Objekt, zweitens war es viel zu weit weg, drittens stand ja noch ein Baum im Weg. Geld hat dann. Ja, und viele, viele andere Sachen. Aber lassen wir das mal weg. Fakt bleibt. Aber das Gewehr, hat einer gesagt, a weapon that never killed anyone on purpose. Also eine Waffe, die nie jemand absichtlich erschossen hatte, sondern wenn jemand mit der Waffe erschossen worden ist, dann war es aus Versehen, weil der darauf gar nicht gezielt hatte. Ja, das muss man wissen. Es war ein Schrottgewehr. Ja. Es war eine billige Flinte, mit der niemals jemand hochpräzise Schüsse abgeben konnte. Das Zielfernrohr war verstellt, es war verrostet, es war verstellt. Und auch von der Mechanik nicht in der Lage, innerhalb von wenigen 6,8 Sekunden oder so drei Schüsse abzugeben, haben nicht mal die besten Marksmen, also nicht mal die besten Scharfschützen hingekriegt. Es mag ja vielleicht sein, dass man dieses Gewehr in sechs Sekunden dreimal laden und abfeuern kann. Aber man muss ja zwischendrin auch noch zielen. Und der Zielvorgang dauert ja auch. Vor allen Dingen, wenn du einen Ladeprozess mit einem Repetiergewehr machst, musst du ja aus der Zielsache raus. Das heißt, du bleibst nicht im Ziel. Das heißt, nachdem du das Gewehr durchgeladen hast, musst du erst wieder dein Ziel wiederfinden. Und das ist sau schwer. Durch das... Ja, na klar. Und ich meine, da spreche ich in gewisser Weise aus Erfahrung. Ich war lange Zeit im Schützenverein und habe Luftgewehr geschossen. Also ich bin da wirklich bewandert und weiß, wie schwierig es ist, wenn du sowieso schon am Schießstand stehst mit dem Luftgewehr. Und mit dem Luftgewehr ist es ja auch so. Du hast immer nur einen Schuss. Und du musst nach jedem Schuss das Gewehr wieder neu hochnehmen, dein Ziel suchen, dort in Ruhe kommen und dann abdrücken. Also ich kenne es von der Bundeswehr, da haben wir mit dem G3 geschossen. Da hast du natürlich Automatikschuss und musst nicht nachladen. Aber trotzdem, du musst, wenn du zielen willst, wirklich auch sekundenlang schießen, weil sonst geht das Ding irgendwo sonst hin. Also unmöglich. Also halt mal fest, unmöglich mit dieser Waffe das zu treffen. So, und dann haben wir ja den absoluten Fakt. Schulbuchlagerhaus, Elm Street, Kennedy. Das heißt, ganz klar, Oswald war hinter Kennedy. Hinter Kennedy. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. So, jetzt ist es aber so, wir haben mehrere Hinweise. Oder was heißt Hinweise? Wir dürfen ja nicht mehr, wir gewöhnen uns immer so an, weil wir immer so vorsichtig sind, weil die offizielle Version halt anders ist. Aber wir reden ja jetzt nicht mehr von Indizien. Wir reden von ganz klaren Beweisen. Es gibt den Beweis des Sipruder-Films. Auf dem Sipruder-Film siehst du ganz klar, dass die Krafteinwirkung auf Kennedy durch den Kopfschuss von vorne kommt. Vorne rechts. Ja. Du siehst, dass der Kopf nach hinten fällt. Es gibt die Zeugenaussage eines Polizisten, der zu dem Zeitpunkt ungefähr auf der Höhe des Fahrzeugs war, wo hier war die Schussrichtung auf der Höhe des Fahrzeugs, der selber gesagt hat, dass das Blut von Kennedy ihn getroffen hat. Also nach hinten gespritzt, dass es ihn getroffen hat. Es ist auf die Motorhaube, auf die Kofferraumhaube hinten gespritzt. Wodurch wird das noch belegt? Jackie Kennedys Reaktion. Sie hatte ihn im Arm, als er getroffen wird. Irgendwas fliegt aus ihrem Mann raus. Und in einem Reflex, und das sieht man auf dem Sipruder-Film auch ganz deutlich, dreht sie sich um und springt auf den Kofferraum und sammelt das ein. Es gibt Zeugenaussagen, die bestätigen, dass als er in Dallas im Parkland Hospital ankommt, also sie, das Auto mit Kennedy und mit Jackie, Jackie trug das, was sie da hinten zusammengesammelt hat und das, was sie von ihrem Mann noch hatte, wirklich mit in den Operationssaal rein. Die Gehirnmasse, die Knochenstücke vom Schädel, die sie noch hatte. Sie war vollkommen mit Blut beschmiert. Ach, jetzt verstehe ich das endlich. Ich dachte immer, sie ist abgehauen vor Angst. Nein! Weil es gibt doch auch die These, dass der Fahrer sich umgedreht hat und quasi ihn erschossen hat. Auf den Fahrer kommen wir noch. Und dass deswegen die Reaktion, okay, kommen wir nachher nochmal. Nein, nein, es ist wirklich so, dass du wirklich, nein, du siehst einfach, sie ist, es ist eine reine Reflexhandlung. Sie sieht, aus ihrem Mann fliegt was weg. Und aus diesem Reflex heraus dreht sie sich um und springt dem quasi hinterher. Schock, Schock-Zustand. Genau. Dann gibt es noch den Secret Service Mann, der in dem Auto hinter ihm mitgefahren ist. Das ist ja sowieso schon mal sehr seltsam. Jeder, der diesen Film kennt, der auch das Auto kennt, weiß, dass dort unten so Fußbänkchen waren und Griffe am Kofferraum. Genau. Dort waren normalerweise, und das ist jetzt noch nie einmal irgendwie so, dass man sagt, das macht man und das macht man nicht, sondern normalerweise ist es so, dass dort zwei Secret Service Agenten als Personenschutz auf diesem Wagen mitfahren. Die wären nämlich nach dem ersten Schuss sofort auf ihn drauf gehüpft. Ja, so sieht es aus. Als Bodyguard, als lebende Schutzschilde. Das ist der Job von einem Secret Service Mann. Und vor allen Dingen, wenn man offen fährt. Es war ja nicht klar, ob die das Auto wirklich als Cabrio lassen, ob die das nicht zumachen. Aber in dem Moment, wo das Auto als Cabrio, also das Dach weggenommen wird, ist es ein Muss, dass hinten auf diesen beiden Stufen, die extra dafür vorgesehen sind, zwei Secret Service Leute. Der Witz ist, auf den davor fahrenden und dahinter fahrenden Fahrzeugen haben sie auch auf diesen Dingern gestanden. Und es gab halt, wie gesagt, einen Secret Service Mann, der, als die Schüsse dann fielen, ja, sofort abgesprungen ist von dem Wagen hinten dran und nach vorne gerannt ist. Und der ist dann mit drauf aufs Auto und weggefahren dann. Genau. Und der bestätigt auch, dass Blut hinten auf den Kofferraumdeckel drauf gespritzt worden ist. Also das heißt, und es gibt noch eine Augenzeugin, die das bestätigt. Das heißt, wir haben drei Zeugen auf jeden Fall, dass das, was auch immer an Hirnmasse aus Kennedys Kopf durch den Kopfschuss rausgeflogen ist, nach hinten auf den Kofferraumdeckel geflogen ist. Jetzt müsste man natürlich sagen, dann, okay, dann kann man natürlich die forensischen Spuren anhand der Verlaufsbahnen, dieser Blutspritze im Auto natürlich ganz klar feststellen. Hätte man können, ja. Wie hat man das festgestellt dann? Was ist mit dem Auto passiert? Gar nicht hat man das festgestellt. Das ist ja der Witz an der Sache. Das Auto ist nie untersucht worden. Sondern? Das Auto ist sofort eingezogen worden und sofort restauriert worden. Alle Schäden sind beseitigt worden, sauber gemacht worden. Das Auto war kurz nach dem Attentat wieder unbelegt. Es ist nie offiziell an dem Auto irgendeine Untersuchung erfolgt. Das alles, was man heute hat, sind zum Teil Fotos vom Tatort eben selber noch oder eben auch Fotos, die noch vor dem Parkland Hospital geschossen worden sind. Wo du auch siehst, dass auch noch vorne in der Umranung der Windschutzscheibe gab es auch noch ein Projektil, das drin steckte, soweit ich mich erinnere. Fakt ist, hätte man das Auto exakt untersucht. Hätte man Kennedy exakt untersucht. Hätte man ganz klar feststellen können, was passiert ist. Das ist allerdings nicht passiert. Die Ärzte im Parkland Hospital sind von Anfang an massiv unter Druck gesetzt worden. Erstens hat man ihnen den Leichnam weggenommen. Aber alle Ärzte, die ihn im Parkland Hospital in Augenschein genommen haben, inklusive auch der Pathologen, aber auch der Chirurgen. Weil im Grunde genommen war Kennedy sofort tot. Sofort. Der hat den Kopfschluss gekriegt und war tot. Da war überhaupt nichts mehr zu retten. Aber weil es halt der Präsident war, wurde halt in der Nachrichtenlage immer noch so gesagt, ja und sie kämpfen noch um das Leben und Memme und so weiter und so weiter. Alle die, die Ärzte haben das auch bestätigt. Die sind in den Operationssaal reingekommen, haben Kennedy gesehen und haben gesagt, das ist eine Leiche. Ja, ist eine Leiche. Wir können gar nichts mehr machen. Bei der Masse an Gehirn, die da gefehlt hat, da waren drei Einschüsse. Hier vorne hat er einen gehabt im Kopf. Wobei die Wunde vorne war eine Austrittswunde. Es war keine Eintrittswunde. Er ist in den Rücken geschossen worden. Das wäre auch wieder ein Indiz. Aber das denkst du, wie viele Schützen mindestens vor Ort gewesen sein müssen? Ja, das ist die Frage. Also nach der offiziellen Kongressuntersuchung in den 70er Jahren gab es mindestens zwei Schützen und mindestens vier Schüsse. Auf mehr haben die sich auch nicht. Weiter haben die sich auch nicht aus dem Fenster gelehnt. Was schon bedeutet, dass es nicht nur alleine Oswald gewesen sein kann, weil Oswald hat ja alleine offiziell nur drei Schüsse abgefeuert. Das ist genau der Punkt. Also die offizielle Kongressuntersuchung bestätigt auf jeden Fall, dass es eine Verschwörung war. Weil sie sagen, es waren auf jeden Fall zwei Schützen, weil es eben den Schuss von vorne noch gab. Und auf jeden Fall mindestens vier Schüsse. Warum vier Schüsse? Es gibt noch diesen William Tate. Das war dieser eine Knabe, der an der hinten, also wenn die Armstreet, wo die Armstreet weiterging, ging es ja hinten unter dieser Unterführung durch. Wo oben noch eine andere Straße drüber war. Und ein Typ stand an dieser Unterführung, an einem dieser Brücken, Pfeiler von der Unterführung. Und der ist von einem Teil eines Geschosses getroffen worden, das vorher in den Bordstein eingedrungen war. Ein Festlegger. Davon ist ein Teil abgesplittert, das hat ihn getroffen. Und da dieser Schuss nirgendwo anders zuzuordnen war, musste man davon ausgehen, dass es einen vierten Schuss gegeben hat, mindestens einen vierten Schuss. Mit mindestens einem zweiten Schützen. Ja, genau. Okay. Fakt ist nur, wenn es, und ich meine nach meinem Dafürhalten ist es auf jeden Fall eine Verschwörung, weil in dem Moment, wo mehrere Leute etwas zusammen machen und zusammen am Tatort agieren, ist es eine Verschwörung. Von der klassischen Wortbedeutung Verschwörung her. Jetzt müssen wir das Wort gar nicht so weit aufblasen, wie es immer im Kontext verwendet wird, Verschwörungstheorie. Sondern dann ist es eine Verschwörung. Und wenn es nur zwei sind. Aber die müssen sich untereinander absprechen, um dieses Attentat zu begehen. Jetzt vergessen wir mal, ob es im Hintergrund noch welche war. Fakt ist halt einfach nur, die offizielle Version kann nicht stimmen, weil Oswald, mag sein, dass Oswald am Tatort war, das war er ganz bestimmt, also wenn wir als Tatort das Schulbuchlager ausbezeichnen, weil dort hat er gearbeitet, dort war er angestellt. Aber er hat auf jeden Fall diesen Kopfschuss, diesen Kopfschuss hat er nicht abgegeben. Und der Kopfschuss ist das, was Kennedy getötet hat. Und wenn er den Kopfschuss nicht abgegeben hat, dann hat ihn irgendjemand anders abgegeben. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei. Und jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass man ganz klar an diesem Kopfschuss sieht, dass der Schuss von vorne kam. Das heißt, diese zweite Person stand auch an einer völlig anderen Stelle. Nämlich an diesem, du hast es schon erwähnt, sogenannten Grassy Knoll. Wir haben neben der Armstreet, haben wir einen Grashügel. Das war ja ein großer Platz, das war so eine Spiegelung. Da ging eine Straße geradeaus, dann waren zwei Grasflächen und dann waren so zwei Gedenkmäler, so Gedenkmäler auf beiden Seiten. Und auf dieser einen Seite war eben diese Seite, wo Kennedy entlanggefahren ist. Dort auf diesem Absatz, auf dem Steinabsatz, stand Supruder mit seiner Kamera. Das heißt, er hatte leicht die Sicht von vorne und im Grunde genommen ist es fast genau vor ihm passiert. Und Supruders Film konnte man auch nicht unter den Tisch kehren, weil Supruder relativ schnell von der Presse irgendwie erwischt worden ist und erzählt hat, dass er das gefilmt hat. Es gibt wohl offensichtlich noch einen zweiten Film, der aber nie aufgetaucht ist von dieser Zeugin Beverly Oliver, die auch gesagt hat, sie hatte auch eine Filmkamera dabei und hat es auch gefilmt. Und die stand genau auf der anderen Seite, also quasi mehr oder weniger dem Schützen vom Grassy Knoll her gegenüber. Ihr Film ist aber verschwunden. Warum? Wie verschwunden? Hat sie den verloren? Den haben sie ihr abgenommen. Die haben ihr die Kamera abgenommen. Das haben sie bei... Es gibt noch einen Veteran, einen Soldaten, der dort auch vor Ort war. Der stand etwas versetzt zu Supruder. Dem wollten sie auch die Kamera abnehmen. Das hat er selber erzählt als Aussage und er hat dann gesagt, nein, die Kamera sei von seiner Mutter oder Schwiegermutter, keine Ahnung. Er hat gesagt, sie können da niemals hergeben. Er hat sich aber dann dazu bereit erklärt, zumindest den Film herzugeben. Das heißt, sein Film ist auch weg. Das heißt, es war eine Gruppe von Leuten vor Ort, die dafür gesorgt haben, dass eventuelle Zeugen oder eventuelle Spuren, die auf das wirkliche Geschehen hinweisen, nicht ans Tageslicht kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil es kommt ja noch zusätzlich dazu, dass in der nachfolgenden Untersuchung der Secret Service ganz klar zu Protokoll gegeben hat, an der Armstreet hatten wir niemanden. Da war von uns keiner postiert. Weil es kommt ja noch etwas hinzu. Der Witz ist ja, dass diesen Schlenker, den Kennedy gefahren ist, den sollte er ja gar nicht fahren. Über die Armstreet sollte er ja gar nicht fahren. Das wurde erst kurz vorher... Kurz vorher wurde diese Route geändert. Vom Bürgermeister. Vom Bürgermeister. Ja? Ist das das, was jetzt neu herausgekommen ist? Das ist jetzt, glaube ich, das, was ich so wahrgenommen habe, dass also dieser Earl Cabell mehr oder weniger das Ganze umgeschmissen hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er auch die Route geändert hat, weil das war eine kurzfristige Änderung. Vor allem, das ist ja, die kamen von Main Street. Ja. Main Street. Und dann sind die rechts abgebogen in Houston Street. Und dann musste man quasi, diese 90 Grad Kurve, und dann musste man eine 120 Grad Kurve drehen, um in Elm Street einzubiegen. Und jetzt, wenn ich den Präsidenten und die First Lady drin habe... Ja, nicht ganz. Die Amstreet geht schon auch 90 Grad weg, aber sie fährt dann nochmal so einen Bogen. Genau. Also man muss wirklich eine große Kurve fahren. Und wenn ich den Präsidenten drin habe mit der First Lady, dann mache ich keine Handbremsenwendung, dass ich mit dem Arsch vom Auto rumkomme, sondern ich fahre wirklich fast im Schritttempo. Und das war ja genau diese Situation, dass das Auto mehr oder weniger fast zum Stillstand gekommen ist. Und jetzt kommt es eben. Oswald hat sechs Wochen vorher da schon angefangen zu arbeiten. Dienste haben ihm auch diesen Job besorgt, ja? Nee, die Dienste nicht. Irgendjemand hat dafür gesorgt, dass er da reingekommen ist, ja? Das ist auch ein Mann, der für die CIA gearbeitet hat. Das meine ich, ja. Also man hat ihm diesen Job besorgt. Woher hätte... Der Typ, der ihn diesen Job besorgt hat, ist übrigens, als sie ihn, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber den haben sie auf jeden Fall auch irgendwann erschossen aufgefunden. Dem hat irgendjemand mit einer Schrotflinte die Birne weggeblasen. Aber woher hätten die denn wissen sollen, dass die Route kurzfristig vorher geändert wird? Und noch krasser ist, wenn die Limousine von Main Street abbiegt in Houston Street, dann fährt sie ungefähr fast 100 Meter auf das Texas School Book Depository zu. Das heißt, Oswald, wenn er da am Fenster gestanden hätte, hatte zehn Sekunden lang die frontal... Die optimale... Die optimale Schussposition mit dem sich nähernden Fahrzeug. Nein, er wartet, bis das Ding um die Kurve fährt und soll dann geschossen haben, wenn das Fahrzeug sich hinterm Baum befindet und wegfährt. Also, unlogisch geht es gar nicht. Weil wir es ja vorhin hatten, wegen Zielen. Das ist einfach der Punkt. Wenn du ein Ziel hast, das sich auf dich zubewegt, ist es einfach leichter, es im Visier zu behalten. Nein, nicht nur deswegen. Es bewegt sich ja nicht so. Ach so, keine Kärferwegebeziehung. Genau. Wenn ein Objekt sich an dir vorbei bewegt, musst du ja so mitzielen. Genau. Wenn ein Objekt sich auf dich zubewegt, ist die Bewegung, die du selber beim Zielen machen musst, viel kleiner. Damit die Treffsicherheit wesentlich größer ist. Also wäre es logischer gewesen, wenn er da geschossen hätte. Wenn er, ja klar. Es ist erstaunlich, dass er da, und jetzt kommen wir zu dieser Sache, dass dieser Knick da war und der Wagen abbremsen muss. Das ist gar nicht das Thema, weil er ist ja sowieso sehr langsam gefahren, weil die Leute wollten Kennedy ja sehen. Aber, und jetzt kommt der Fahrer. Weil es gibt nämlich etwas, ich weiß, dass es diese Theorie gibt, dass der Fahrer sich angeblich umdreht und selber eine Knarre hatte. Das ist natürlich Quatsch. Aber was natürlich erstaunlich ist, ist, dass der Fahrer sich umdreht. Weil wenn du den Supruder-Film genau guckst, wirst du folgendes feststellen. Der Fahrer sitzt im Auto, guckt nach hinten und guckt, bis Kennedy getroffen wird. Als Kennedy am Kopf getroffen wird, dreht der Fahrer sich um und tritt aufs Gas. Und das ist eigentlich eine Sache, die noch wahnsinniger ist. Weil der Fahrer ist auf jeden Fall ein Secret-Service-Mann. Und der Secret-Service-Mann ist dazu geschult, dass sobald er irgendwas merkt, hört und so weiter, den Fuß aufs Gas zu stellen und nix wie weg. Und der Fahrer wartet, bis Kennedy tot ist. Und dann fährt er los. Also das ist auch schon verdächtig. Aber ich sag ja, wie gesagt, zwei Sachen sind an dem Kennedy-Attentat, finde ich, mehr als offensichtlich. Das ist erstens die Schussrichtung. Also Oswald kann es nicht gewesen sein. Auf gar keinen Fall. Es kann sein, dass Oswald als einer von vielen Schützen beteiligt war und auch geschossen hat. Aber der Kopfschuss kam nicht von Oswald. Damit ist die Geschichte, dass Oswald der Einzeltäter ist, schon mal Mumpitz. Kompletter Mumpitz. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht immer eine Sache, wo man sagt, wir reden von Indizien, sondern ich finde, das ist bewiesen. Und wir hatten gestern ja das Thema, was ist ein Beweis und wann ist ein Beweis ein Beweis? Eigentlich ist ein Beweis erst ein Beweis, wenn man vor Gericht eine Verhandlung macht und dort dieser Beweis vorgelegt wird, mit einer Nummer etikettiert wird und gesagt wird, aktenkundig ist. Vorher kannst du ja auch mit solchen Fakten rumargumentieren, wie du willst. Und gerade in Bezug auf das Kennedy-Attentat, die Vertreter der offiziellen Oswald-Version lassen sich ja die abenteuerlichsten Sachen einfallen, wie das funktioniert haben könnte. Ich will jetzt nicht mit der magischen Kugel anfangen, weil das ist eigentlich, wenn wir diese Sache mit der Schussrichtung haben, ist das alles Nebensache. Weil mit dieser Schussrichtungssache ist ganz klar geklärt, Oswald war es nicht, zumindest nicht. Damit ist klar, es gab mindestens einen zweiten Täter und damit ist auch klar, es war eine Verschwörung. Das ist einfach ganz, ganz klar Fakt. Was die Sache jetzt noch steigert, ist die Tatsache, dass, also wenn hier ein Verbrechen passiert, ist es doch mal so, dass man alle möglichen Varianten zumindest mal durchspielt. Das ist bei Kennedy auch nie passiert. Bei Kennedy wurde, kurz nachdem das Attentat passiert ist, nachdem der Wagen weggefahren war, kam ein Funkspruch, relativ kurz danach, ich glaube 20 Minuten später, kam ein Funkspruch über den Polizeifunk, der Oswald als Täter beschreibt, eine Personenbeschreibung rausgibt, die 100% auf Oswald passte, der in der Zwischenzeit das Schulbuchlagerhaus verlassen hatte, erst mal da in sein Wohnhaus zurückgegangen ist, sich ja dort angeblich noch seine Pistole geholt hat, dann noch diesen einen Polizisten da erschossen haben soll und schließlich in dieses Texas Cinema gegangen ist, in dieses Kino, in dem sie ihn dann ja auch gestellt und gefasst hat. Und Oswald streitet sie ja auch von Anfang an ab. Was Oswald so ambivalent macht, ist einfach die Tatsache, Oswald war Geheimdienstmann. Ja, das hat niemand irgendwie öffentlich gemacht. Also das wurde immer unterdrückt. Er war so ein Spinner, ein Kommunist, mit den Kubanern hat er gemauschelt und so weiter. Der war von Anfang an, war der Unterführung der Dienste. Der war Asugi Airbase in Japan, war der stationiert in seiner Dienstzeit und hat da mit U2 Luftaufklärungsbildern gearbeitet. Der ist nach Russland gegangen als Überläufer, hat da quasi gesagt, hey, ich habe Informationen von den Amerikanern. Zwei Jahre später hat er gesagt, ich habe doch keine Lust mehr, kam zurück, wurde sofort zurückgenommen ohne Verhör. Also die Spur, die Geheimdienstspur von Oswald ist auch wirklich kilometerbreit, wenn man dem mal nachgeht. Dass da niemand draufgegangen ist, das hat mich sowieso gewundert. Man muss sich da natürlich im Nachhinein überlegen, warum wird das geheim gehalten? Und vor allen Dingen, warum wird nur in Richtung Oswald ermittelt? Es wurde ja nie in irgendeine andere Richtung ermittelt. Es stand von vornherein fest, Oswald ist es und es wurde nur in diese Richtung ermittelt. Alles, was irgendwie etwas anderes andeutete, wurde von Anfang an, und daher kommt ja der Begriff Verschwörungstheorie, als Verschwörungstheorie diffamiert und niedergemacht. Einfach so nach dem Motto, ihr schwingt ja. Also das FBI hat sogar, ich weiß nicht, CIA oder FBI, irgendwas mit drei Buchstaben, da kam dieses berühmte Memo, dass man quasi ab jetzt Assassination Theories, also Ermordungstheorien, umlabeln soll, also umbenennen soll in Verschwörungstheorien, um damit quasi das Ganze zu diskreditieren. Das ist ja auch erfolgreich passiert. Damals hat man das ja auch eingeführt. Wissen wir ja mittlerweile aus der historischen Forschung alles. Ja, klar. Dann begann das Zeugensterben. 78 Menschen sind in den Folgejahren gestorben, das muss man sich mal vorstellen. Genau. Also Leute, die auch vor der Warren-Kommission ausgesagt haben, die auch aktenkundig sind. Zum Beispiel dieser Lee Bowers, der hinter dem Grassy Knoll war ein Rangierbahnhof und dort war ein Stellwerk und in diesem Stellwerkhäuschen arbeitet, dieser Lee Bowers. Und Lee Bowers behauptete, Leute gesehen zu haben an diesem Zaun. Ja, am Grassy Knoll. Genau. Der ist dann irgendwann irgendwo in, ich glaube auch in Texas, auf irgendeiner völlig einsamen Straße, ist der gegen einen Baum gefahren oder mit dem Auto tödlich verunglückt. Ja. Leute wurden erschossen, weil sie für ein Reh gehalten worden sind. Ja. Manche sind verbrannt in ihrem eigenen Bett, Autounfälle, noch und nöcher. Also es gibt zwei große Sterbewellen, unmittelbar danach, dass also direkt Zeugen vom Grassy Knoll, getötet worden sind, mehr oder weniger, oder unnatürlich gestorben sind, sagen wir es neutral. Und dann nochmal eine zweite Welle der Tötung in den 70er Jahren, als Leute wieder versucht haben, das aufzurollen. Also es gab zwei große Tötungswellen. Da war ja die Kongressuntersuchung. Genau. Und das ist wirklich erstaunlich, dass man da also alles getan hat, um das zu vertuschen. Und das ist der Punkt. Die massive Behinderung auch der Polizei und der Sicherheitskräfte in Dallas selbst. Ja. Die Tatsache, dass sie ihn Kennedys Leichnam dort in Parkland Hospital direkt quasi unter den Fingern weggerissen haben und viele, viele andere Dinge. Ja. Da fragst du dich doch, Moment mal. Warum? Wieso wird denn jetzt massiv da erstes Mal nur in eine Richtung ermittelt und alles andere massiv verhindert? Und zwar so massiv, dass es schon auffällig massiv ist. Ja. Also nicht so nach dem Motto, wir wissen ganz genau, dass es Oswald ist, weil so genau wusste das ja auch keiner. Weil Oswald es ja auch erst mal kategorisch abgestritten hat. Und zwar beide Morde. Er hat ja nicht nur den Kennedy-Mord abgestritten. Den haben sie ihm ja nur angehängt, weil sie im ersten Mal, als ersten Grund, dass sie ihn überhaupt festhalten konnten, war dieser Polizistenmord. Ja. Diesen Polizisten, den er da in der Nähe von seiner Wohnung bevorzudem angeblich erschossen haben soll. Ja. Da geht Oliver Stone in seinem Film ja auch kurz drauf ein, dass es da mehrere Zeugenaussagen gibt, die von zwei Leuten sprechen, die da geschossen haben. Einer, der wegläuft. Dass der wegläuft, dass der Typ eigentlich mit Kennedy keine Ähnlichkeit hatte oder die Leute, die ihn gesehen haben, mit Oswald keine Ähnlichkeit hatte und dass die auch nie in einer Gegenüberstellung waren. Ja. Also die Zeugen, die es für diesen Mord gab, haben Oswald nie irgendwie identifizieren können, weil sie ihn nie gesehen haben. Und dann war Oswald ja, das darf man ja auch nicht vergessen, Oswald war ein paar Tage, Tag. Wann war das? Zwei Tage? Zwei Tage später? Oder einen Tag später? Wurde er selber erschossen. Wurde er selber erschossen. Von Jack Ruby. Von Jack Ruby. Der von anderen Leuten eingeschleust worden ist in die Polizeigarage und dann mit Waffe versehen worden ist. Da gibt es zig Zeugenaussagen, dass Jack Ruby in der Dallas-Polizei ein- und ausgegangen ist. Aber das ist ja alles mehr oder weniger kalter Kaffee für uns natürlich. Aber was jetzt eben neu ist, sind diese neuen Akten, die, wie ich glaube, nicht das große De-Smoking-Gun veröffentlicht. Also wird nicht der Name des Attentäters rauskommen jetzt von diesen tausenden Seiten, die kommen. Aber die Rolle der einzelnen Protagonisten, die wird natürlich ganz besonders beleuchtet. Und was wir jetzt mittlerweile wissen, ist, dass der damalige Bürgermeister Charles Cabell, oder Cabell heißt er auf jeden Fall mit dem Familienname, dass er seit 1956 selber Geheimdienstagent war. Der war bei der CIA auf der Payroll, auf der Gehaltsliste. Und der Mann hat dafür gesorgt, dass alle 100 diensthabenden Beamten der Dallas Police Department abgezogen worden sind von ihren Streckenposten, die vorher mit dem Secret Service alles besprochen worden sind. Der hat die abbezogen und zurückgestellt in Main Street 505. Und sie sollten quasi vor dem Büro stehen, um das Polizeipräsidium zu repräsentieren. Also der Chef der Polizei, der Bürgermeister, hat dafür gesorgt, dass alle Leute, die nicht eingeweiht waren in dieses Komplott, keine Augenzeugen sein konnten. Das ist schon mal eine sehr, finde ich, wichtige Entdeckung, die das Gesamtbild natürlich einer von Staats wegen Verschwörung noch weiter zementiert. Ja, wobei man da natürlich auch mit dem Argument kommen kann, dass man sagen kann, erstens mal ist, wenn der Präsident unterwegs ist, primär der Secret Service zuständig und der Secret Service kann Unterstützung anfordern vom Militär, nicht unbedingt von der ansässigen Polizei. Aber die arbeiten doch immer zusammen. Ja, sicher. Und ich meine, du hast insofern recht, dass wenn dort Polizei auch noch zusätzlich gewesen wäre, als neutrale Beobachter, hätten die natürlich eventuell eingreifen können. Weil nach alledem, was wir jetzt wissen und was an Indizien klar ist, wird doch wirklich mehr oder weniger deutlich, dass Kennedy da auf dem Präsentierteller. Weil es kommt ja noch was dazu. Man hätte ja sagen können, okay, Kennedy hätte ja die Chance gehabt, in Deckung zu gehen. Nein, hatte er nicht. Kennedy war schwer, hatte ein schweres Rückenleiden. Kennedy trug ein Korsett. Er konnte gar nicht runter, das wussten die auch. Also sie wussten wirklich, sie können ihn wie beim Tontaubenschießen dort abknallen, wenn sie ihn an diese Stelle bringen. Man sieht ja auch nach dem ersten Treffer, sagt er nur so leicht zusammen, ein anderer Mensch wäre schon komplett nach vorne gefallen und hätte kein Ziel mehr gegeben. Ja, also es ist wirklich, wir haben es ihm verdammt einfach gemacht, also den Attentäter verdammt einfach gemacht, weil erstes Mal, wie gesagt, wir haben keine Secret Service Leute, die hinten auf diesen Dingern draufstehen. Das Dach war ab, die Fahrtroute war geändert, da waren kaum Leute. Also es war alles wirklich perfekt, mehr oder weniger. Und zu so einer Geschichte, und das haben viele, das hat ja auch viele stutzig gemacht, zu so einer Geschichte reicht es auch nicht, wenn die Mafia es getan hätte. Das ist ja, selbst Guido Knopp in History hat sich ja schon mal zu der Version durchgerungen, dass die Mafia Kennedy erschossen hat. Dass die Mafia da mit drin steckt, das ist zweifelsohne. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Mafia wahrscheinlich die Attentäter besorgt hat. Aber die Mafia war nicht in der Lage, das Framing des alleinigen Attentäters Oswald für Jahrzehnte aufrecht zu halten. Ich habe 2003 ein Geospezial in die Hand bekommen, das ist doch dieses Wissenschaftsmagazin mit dem grünen Einwand verschiedene Themen. Da gibt es immer so Themenhefte, Epoche, die deutschen Kaiser oder das Dritte Reich und so weiter. Und da gab es zum 40. Todestag eben ein Spezialheft. Und da habe ich einen Artikel in Erinnerung, ich habe es wirklich jeden Buchstaben gelesen in diesem Heft, dass die Redakteurin geschrieben hat und seit Jahrzehnten wird behauptet, dass es eine Verschwörung gab und es gibt nicht einen Funken eines Beweises. Und das ist eben Framing, dass nur Dienste machen können, dass in Chefredaktionen Leute sitzen, die diesen Frame auch weiter so perpetuieren. Das geht nur, wenn du Insider hast, wenn du dieses große Bild einfach hast. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo für viele Leute das dann unscharf wird oder nicht mehr greifbar wird, dass jetzt quasi irgendwelche kriminellen Kräfte den weggeblasen haben. Okay, das können sich viele noch vorstellen. Aber dass es dann eine Manipulation im Hintergrund gibt, die über Jahrzehnte das weiter vorantreibt, das ist dann außerhalb der Box von vielen Leuten, da können viele Leute nicht mehr nachgehen. Jetzt, allgemeine Frage, wieso? Warum? Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, ich meine, die Leute, die die offizielle Version vertreten und dann das Argument benutzen, was du jetzt gerade gesagt hast, und sagen, es gäbe nicht mal den Hauch eines Indiz, dass da irgendwas anderes gelaufen ist, als das. Ich meine, wir alleine haben jetzt schon 20 Sachen auf der Liste. Ja. Und vor allen Dingen, wir reden hier wirklich von Indizien, die jetzt nicht irgendwie so, als hätte man sie sich wirklich mit größter Mühe aus der Nase gebohrt. Es ist, Leute, es springt einen an. Ja. Es springt einen an. Ja. Und wer da nicht hellhörig wird oder wer da nicht irgendwo einfach so sagt, ja, Moment mal, ja, der muss entweder komplett borniert und blöd sein. Ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder verblendet einfach. Ja, oder einfach sagen, ich habe eine Version und ich bin zufrieden damit und ich will da auch nicht irgendwie, weil es ist natürlich ein sensibles Thema. Vor allen Dingen, weil dieses sensible Thema und ich meine, Matthias Bröckers nennt es ja nicht umsonst Staatsstreich in Amerika, weil es ist ja nicht erstens mal irgendwer da ermordet worden, sondern immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten. Der mächtigste Mann der Welt. Der mächtigste ist Amtszeit alles passiert ist. Das spielt nämlich eine entscheidende Rolle. Und vor allen Dingen die Figuren, die sich da auf einmal auf eine eigenwillige Art und Weise verteilen. Weil der Punkt ist ja der, nach der Kuba-Krise hat, wo Kenne die ja wirklich die Kuba-Geschichte, die Schweinebucht-Invasion. Ja. Die Schweinebucht-Invasion, der versuchte, die versuchte Invasion Kubas mit Paramilitärs. Ja. Von der CIA organisiert und betrieben. 61. Ja. Ja. Von den Exil-Kubanern, die haben die Leute zur Verfügung, gestellt. Die Ausbildungscamps wurden von der CIA unterhalten. Alan Dulles hatte da die Federführung. Ja. Das Ding war schon beschlossene Sache, bevor Kenne die überhaupt ins Amt kam. Er hat dieses, dieses, diese Geschichte quasi geerbt, hat da nicht weiter drauf geachtet. Dann haben sie die Nummer durchgezogen und der Plot ging ja dahin, dass die Militärs ja unbedingt eine Intervention in Kuba wollten. Das heißt, diese, diese Schweinebucht-Invasion war ja im Grunde genommen nur der Funke, der das anzünden wollte. Der Pretext. Genau. Und der Präsident sollte dann die Truppen hinterher schicken. Und genau das hat Kennedy nicht gemacht. Ja. Und Kennedy war nach dieser ganzen Nummer sowas von stinkwütend, dass er unter anderem Alan Dulles und Richard Bissell, die beiden absoluten, äh, großkopferten Häuptlinge in der CIA, rausgeschmissen hat aus der CIA. Und damit eigentlich angefangen hat, die CIA zu demontieren. Und er wollte sie in tausend Stücke zu schlagen. Genau. Das war seine Aussage. Das war sein Plan. Das ist das Zitat aus dem, aus dem Film. Ja. Genau. So. Und wer taucht jetzt ausgerechnet als federführendes Mitglied der Warren-Kommission zur Aufklärung von Kennedys Mord auf? Alan Dulles. Ja. Und wer saß noch mit in der Warren-Kommission? Äh. Gerald Ford. Der? Der, der, der Präsident nach Johnson. Aha. Der vor Nixon kam. Ja. Und wer, und wen hat Nixon, äh, als, 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 äh, Finanz, ich meine, irgendwie Finanzberater oder vielleicht sogar Finanzminister, äh, äh, in sein, in sein Kabinett geholt, als Nixon dran war? Mhm. Na, äh, Gouverneur Corneli. Ach, der vorne im Auto saß? Der vorne im Auto saß. Okay. Der übrigens auch ein sehr seltsames, äh, 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 der muss einige Gedächtnislücken haben. Weil dem fiel jedes Mal, wenn sie ihn befragt haben zu diesem Thema, was ihm da passiert ist, während das Auto fuhr und die Schüsse kam, fiel dem immer eine neue Geschichte ein. Mhm. Ja. Im Krankenhaus, als er ganz, als die Sache ganz frisch war, hat er Sachen, andere Sachen gesagt, als dann später. Mhm. Dazu kommt noch, dass so Leute wie Nixon und einige andere auch immer sehr abenteuerliche Geschichten erzählen, wann und wo sie von Kennedy-Attentat erfahren haben und wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Ähm, tausend Themen, ich hab bei jedem Gedanken... Das ist ein Riesenthema. Ja. Es gibt kein Thema in der Geschichte der Menschheit, über das so viele Bücher geschrieben worden sind wie Kennedy. Alleine, ich glaube, es gibt über 2000 Bücher nur über diesen Fall. Und es gibt wahrscheinlich auch jetzt gerade irgendwo auf der Welt irgendwo ein Interview, wo Leute über Kennedy reden. Da bin ich mir sicher. Also wir können da ewig weit reden. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den ich zum ersten Mal hier bei Matthias Brögers entdeckt habe. Und zwar geht es um eine Geschichte von einer Freundin von Kennedy. Eine, die er mal nicht abgeschleppt hat. Ja, er war ja doch ein Schürzenjäger irgendwo. Das war auch bekannt. Aber es ging um Mary Pinchett Myers. Meyer oder Myers, die war Frau eines hochrangigen Agenten und hat also auch Insiderwissen gehabt. Und sie hat damals Kontakt aufgenommen mit Timothy Leary in Harvard. Timothy Leary war der LSD-Papst, der von Albert Hoffmann und so weiter. LSD irgendwie. Also das war ja damals auch eine anerkannte Psychotherapie-Form. Gary Grant hat zum Beispiel 100 LSD-Trips geschmissen und hat darauf seine Kindheitstraumata aufgearbeitet. Und Mary Pinchett Meyer hat Timothy Leary angesprochen und das schreibt er in seinen Memoaren, dass quasi ein hochrangiges Mitglied der Administration gerne mal quasi in Kontakt gekommen wäre. Und die Myers war so eine intellektuelle Künstlerin, die mit dem intellektuellen Kreis unterwegs war. Da war das en vogue damals, dass man das macht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, hatte Kennedy LSD-Erfahrungen gemacht. Und wenn man sich seine Politik des Beginns seiner Amtszeit anschaut, wo er wirklich als kalter Krieger noch gestartet ist und auch so eine Rhetorik hatte und vergleicht dazu die Rede, die er gehalten hatte im Juni an der American University in Washington, dann sieht man, dass da wirklich ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat. Also er spricht wirklich von ganz hohen ethischen Werten, von Frieden, dass die Pax Amerikaner nicht sein kann, dass wir universelle Werte bringen müssen, dass er sich das auf die Fahnen geschrieben hatte und und und. Also ich glaube... Ja und vor allen Dingen eben dieser berühmte Satz, die Vietnamesen sind es, die den Krieg gewinnen oder verlieren müssen. Wir haben da überhaupt nichts verloren. Eben. Er wollte ja die Truppen aus Vietnam abziehen. Er wollte Frieden. Er wollte den Vietnamkrieg beenden. Er wollte über den Russen reden. Er wollte das Wettrüsten beenden. Die CIA wollte er zerschlagen. Er wollte also alles machen, was das ganze Establishment beinhaltet hat. Er wollte den amerikanischen Dollar. Federal Reserve, ja, also Greenback-Dollar, die waren schon gedruckt. Also er hat eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet als mächtigster Mann der Welt, die dem Herrschensystem gefährlich geworden sind. Ja, ja, genau. Und dann wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt ist genug. Jetzt ist genug einfach. Ja. Robert, du merkst gerade, Quasselstrippe stimmt 100%. Ja, ja, das passt schon. Sorry. Ich sag ja, aber du merkst, ja, mich rühlt das Thema genauso auf. Mir geht's genauso. Ich bin emotional unglaublich befangen bei diesem Thema, weil es für mich so bis 9-11 die Mutter aller Verschwörungen war. Also ich war damals 21, 1991. Ich bin Jahrgang 70. Damals war ich ein junger Unteroffizier bei der Bundeswehr. Gerade so im Framing reingestopft worden. So, ja, hier Unteroffizierschule und Deutschland und Ostblock ist vorbei und so weiter. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich als quasi nicht studierter kleiner Mensch erkennen konnte, dass es etwas gibt wie einen tiefen Staat. Den Ausdruck hatte ich noch nicht damals. Den habe ich erst seit Ganser kann ich mit dem Staat umgehen. Daniele Ganser hat in seiner Dissertation, in seiner Doktorarbeit über NATO-Geheimarmee geredet, dass quasi Gladio und so weiter geheime Strukturen der Machtapparate im Hintergrund und das bezeichnet er als den tiefen Staat. Und da habe ich zum ersten Mal erkannt, es gibt Machtstrukturen im Hintergrund jenseits aller parlamentarischen Kontrolle, jenseits der Legalität, die sind sozusagen extra legal, ja, so heißt man das ja bei den Drohnenabschlüssen auch, extra legale Tötungen, dass es so etwas gibt. Und jetzt, lange Rede kurzer Sinn, warum haben so viele Leute ein Problem mit dem Gedanken, tiefer Staat, wenn es so offensichtlich ist wie an der Dealey Plaza? Es springt einem im nackten Arsch ins Gesicht. Aber warum, und das ist jetzt die große Frage, vielleicht können wir das damit auch irgendwie einen runden Bogen finden, wieso wollen die Leute den tiefen Staat nicht wahrhaben, wenn er so offensichtlich ist? Also, lass mich noch zwei Sachen sagen. Erstens zu dieser LSD-Geschichte. Du ziehst das jetzt von der Seite auf, dass du sagst, Kennedy, LSD-Erfahrung und dann hat ihn das irgendwie gewandelt und er fängt an... Gibt Hinweise dafür. Ja, okay. Diese Wandlung kann aber auch einen ganz anderen Grund gehabt haben. Nämlich die Kuba-Krise. Das, was er dort erlebt hat. Weil er hat ja, und das ist ja auch protokolliert worden, er hat ja mitgekriegt, wie scharf die Militärs waren, in Kuba zu intervenieren und sogar bereit waren, das Risiko Atomkrieg in Kauf zu nehmen. Ja. Und er hat gesagt, wie kann das sein, dass Militärs nicht schnallen, für welchen Einsatz von Waffen sie da sind. Ja. Und nicht begreifen, was das bedeuten würde, wenn man diese Waffen tatsächlich einsetzt. Ich meine, Kennedy hat ja die Karte gespielt. Aber er hat sie nur deswegen gespielt, weil er vorher ja schon mit Khrushchev Verbindung aufgenommen hat, um diese Sache abzufangen. Ja, das ist ja schon mal noch ein Thema für sich. Zweitens muss man wissen, Kennedy war todkrank. Kennedy hatte einen eigenen Doktor, diesen sogenannten Dr. Feelgood, der ihn mit Medikamenten wirklich bis Oberkante Unterlippe vollgestopft hat, um mit seinen Schmerzen klar zu kommen, um überhaupt Termine wahrzunehmen, um überhaupt irgendwas zu machen. Dass er auch im Kontext der Suche nach Möglichkeiten, sich da Linderung zu verschaffen, diese LSD-Geschichte gemacht hat, würde ich jetzt auch als Verbindung gelten lassen. Es mag sein, dass er da wirklich Erfahrungen gemacht hat, weil zu dem Zeitpunkt sind die Amerikaner mit dem Thema LSD wirklich sehr, sehr locker umgegangen und haben ja alles Mögliche damit angestellt. MK-Ultra zum Beispiel. Also an Menschen ausprobiert, was damit geht und so weiter und so weiter. Tiefenstart, du sagst, bei dir war es das Kennedy-Ding, bei mir war es die Flick-Affäre. Also schon ein bisschen früher. Ich bin ja auch ein klein bisschen älter als du. Aber nur zwei Jahre. Ja, aber ich sag ja nur. Ich habe es also quasi noch bevor ich überhaupt mit Kennedy in Verbindung kam, habe ich mich mit der Flick-Affäre damals befasst, eine Spenden-Affäre in Deutschland, wo ein großer Konzern ein Steuerpaket, ein Aktienpaket verkauft hat und den Gewinn daraus nicht versteuern wollte. Dann ein Bestechungsskandal, also sehr viele Leute bestochen worden, um aufgrund der Gesetzgebung gab es die Möglichkeit, wenn das Parlament das absegnet, dass das Geld nicht versteuert werden muss, wenn es wieder reinvestiert wird. Das musste allerdings, und das wurde nicht reinvestiert, er wollte einfach keine Steuern zahlen. Also hat er getrickst, hat über eine christliche Mission Geld gewaschen, dieses Geld wurde an die Parteien verteilt und damit ist diese ganze Sache quasi wirklich steuerfrei ausgegangen. Ein Riesenskandal, alle Parteien waren betroffen, bis glaube ich, die SPD nicht so sehr, aber alle anderen auch. Graf Lambsdorff ist für diese Sache wirklich verurteilt worden, rechtskräftig verurteilt worden. Und nach der Geschichte wusste ich, dass es zwei Arten von Politik gibt. Einmal die, die uns auf der Bühne vorgetanzt wird und einmal das, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Und ich meine, das ist ja nun wirklich nicht ungewöhnlich. Jeder, der in einer größeren Firma arbeitet, weiß, dass das, was in den Chefetagen besprochen wird, natürlich etwas ist, was nicht jeder einzelne Arbeiter erfährt. Also das Modell, das Gedankenmodell, sich vorzustellen, dass hinter der offiziellen Fassade nach außen etwas ganz anderes ist, sollte eigentlich jedem geläufig sein. Aus ganz profanen Dingen, selbst innerfamiliär kennen wir das doch, dass Leute Geheimnisse voreinander haben und so weiter und so weiter. Also das in eine größere Dimension zu übersetzen, finde ich so erstaunlich, dass die Leute so ein Problem damit haben. Dass das bei Kennedy sich quasi aufdrängt, ist doch klar, weil, und deswegen, ich will das nochmal rauspellen, man muss sich ja mal vorstellen, wer nicht glaubt, dass jemand umgebracht wird, weil er sich da in die CIA einmischen wollte, wer das noch nicht, oder weil sein Bruder gegen die Mafia vorgegangen ist, womit ja wahrscheinlich die Mafia ins Boot geholt worden ist. Robert war ja ganz scharf darauf, die Mafia zu zerschlagen. Der müsste doch spätestens an der Stelle jemanden zumindest zumuten, da ein Motiv zu haben, wenn es um das Thema mit dem Geld geht. Kennedy hatte vor, die Fed zu entmachten und das Geld quasi wieder eine echte amerikanische Notenbank zu gründen, die auch unter gesellschaftlicher, staatlicher Kontrolle steht und den Dollar quasi kontrolliert und herausgibt. Der Unterschied zwischen diesen Geldnoten, wie du ja richtig sagst, da gab es schon, ich glaube die Zwanziger, die Zehner und Zwanziger waren schon gedruckt, die waren sogar schon im Umlauf, unterscheiden konnte man sie optisch fast gar nicht, sie sahen fast genauso aus, nur oben in dieser Banderole stand nicht Federal Reserve Note, sondern United States Note, aber im selben Outfit, das heißt die Dollarscheine waren kaum zu unterscheiden und trotzdem war der Unterschied dazwischen natürlich gigantisch. Der Witz ist, dass nachdem Kennedy ermordet worden ist, sind diese Scheine eingezogen worden und die 50er, die wohl offensichtlich schon auf Palette standen, sind eingestampft worden. Also wer, sagen wir mal so, was gehört denn unbedingt zu einem Mordkomplott mit dazu? Ein Motiv. Und ich glaube es gibt keinen Menschen, bei dem es mehr Gruppen und Motive gab als bei Kennedy. Vor allen Dingen, und das kommt ja, und deswegen, und da können wir den Bogen rund machen, warum das Buch Staatstreich heißt. Ja, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwelche lapidaren Geschichten, sondern wir reden wirklich über einen amerikanischen Präsidenten, der ja ein Establishment-Präsident war. Sein Vater hatte beste Verbindungen zur Chicagoer Mafia. Hat in der Prohibition sein Geld gemacht damals. Ja, genau. Und was auch die wenigsten wissen, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, Kennedys Vater war unter Roosevelt derjenige, der diesen, wie hieß diese Geschichte, die Roosevelt umgesetzt hat? Wie hieß denn das? Er hatte diese ganz klare, krasse Steuerpolitik gemacht, dass wirklich von den ganz Reichen auch richtig Kohle eingetrieben worden ist. Da gibt es einen Namen für, der ist mir im Moment gerade entfallen. Aber das zu organisieren, dass wirklich auch alle da wirklich mal richtig ordentlich latzen und Geld bezahlen, dafür hat Roosevelt Kennedys Vater eingestellt. Joseph. Joseph Kennedy. Joseph Kennedy, genau. Dann der nächste Punkt, Kennedy sollte ja gar nicht Präsident werden, sondern sein Bruder, der im Krieg gestorben ist. Kennedy selber muss wohl wirklich ein Lebemann, nicht nur ein Lebemann gewesen sein, sondern er muss auch ein guter Mensch gewesen sein. Das zeigt auch diese Tatsache, wie er sich ja, daher hatte er seine Verletzung, todesmutig da eingesetzt hat, um seine Leute da von diesem Boot, von diesem Torpedoboot zu retten. Ich meine, es wäre ein Torpedoboot gewesen, in dem er im Zweiten Weltkrieg gedient hat und die Leute da gerettet hat. War Leutnant zur See war da und so weiter. Genau, genau. Und Kennedy ist auf jeden Fall vom Establishment an die Macht gebracht worden und dann hat er auf einmal im Amt gegen das Establishment Politik gemacht. Und in dem Fall, ich lehne mich immer so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich halte das nicht nur für einen einfachen Mord, ich halte das für eine öffentliche Hinrichtung. Nicht nur ein Staatsstreich, das ist es nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall, sondern es ist eine öffentliche Hinrichtung gewesen. Man hätte Kennedy über seine Frauengeschichten oder was auch immer, mit seiner Krankheit in seine Mittelchen einmal irgendwas rein, man hätte ihn sang- und klanglos beseitigen können, wenn man das gewollt hätte. Man ist ja auch nixenlos geworden. Gut, bei nixen ging es auch nicht anders. Watergate, ja. Also wenn man gewollt hätte, hätte man Kennedy auch auf einem sanften Weg beseitigen können. Aber es war, glaube ich, ein Exempel, das statuiert worden ist. So sieht es aus. Für all diejenigen, die jetzt kommen. So sieht es aus. Und man weiß genau, don't mess with the Establishment. Du hast dich zu weit aus dem Fenster gelehnt, wir statuieren ein Exempel. Also das ist jetzt natürlich eine verdammt harte These. Und ich sage auch, es ist eine These. Aber im Fall Kennedy drängt sich dieser Gedanke förmlich auf. Weil man versteht nicht, warum diese Sache wirklich so plakativ gemacht worden ist. Und vor allen Dingen, noch ganz kurz, naja, dann springen wir wieder zu weit zurück, aber es gab vor Dallas schon einen Attentat, das aufgeflogen ist, wo was aufgedeckt worden ist. In Miami wollten sie ihn im Grunde genommen schon von Kim. Das ist aber dann aufgeflogen. Es gab mehrere Plots, quasi, wenn es da nicht geklappt hätte, dann da und da. Aber den Miami-Plot kennt man, weil man den Typen, der diesen Joseph Miltier, der das mit ins Werk gesetzt hat, den hat man abgehört. Da gibt es Bänder, von denen er erzählt. Und der Plot, den er erzählt, wie sie es in Miami vorhatten, entspricht genau dem, was in Dallas dann passiert ist. Also Hochgeschwindigkeitsgewehr, Bürogebäude, blablabla. Also Startstreich von Bröckers, das Buch. Der Titel ist nicht irgendwie jetzt zu hoch gegriffen, im Gegenteil. Es ist eine These, die man in den Raum stellen muss, weil das gilt für viele, viele Dinge. Ich finde es erstaunlich, dass man bei vielen Dingen es als Verschwörungstheorie abtut und sich nicht weiter damit beschäftigt. Weil das, was da doch passiert und was dahinter stecken könnte, ich sage ja nicht, dass es so ist, aber was könnte, ist doch so gefährlich und so schlimm, dass es uns eigentlich aus unserem eigenen Interesse heraus interessieren müsste. Ich verstehe nicht, warum die Leute wirklich, weißt du, so zwanghaft die Augen dazu machen. Ich habe doch gar kein Problem damit, wenn es untersucht wird und dann hinterher herauskommt, dass wir vollkommen Unrecht haben. Ich sage ja, auch im Kennedy, genau wie bei 9-11, ich will damit nicht recht haben, mit meinen Befürchtungen und meinen Thesen. Im Gegenteil, ich fände es schrecklich, wenn ich recht hätte. Aber ich finde, die Problematik, die da drin steckt, ist so gigantisch, dass es einfach nur, weißt du, es so wegzudrängen und Verschwörungstheorien, alles Blödsinn, das halte ich für fahrlässig. Das halte ich für grob fahrlässig. Erstmal untersuchen, wenn da nichts dran ist, können wir ja gerne, dann stelle ich mich auch selber bei meinen Street-TVs, habe ich schon mehrfach bei mir angekündigt, vor die Kamera und sage, Leute, okay, ich bin ein Spinner. Ich habe Unrecht gehabt, kommt vor, aber lieber einmal zu viel nachgefragt, als einmal zu wenig. Und was unterscheidet uns jetzt von dem Normalbürger? Du, ich glaube, unsere Leidenschaft. Leidenschaft für Wahrheit oder Leidenschaft fürs Leben? Nein, einfach, weil wir das insgesamt sind. Ich meine, wir haben ja gestern viel miteinander gesprochen. Sieben Stunden, das war krass. Ja, und das war wunderschön. Ich muss ja auch sagen, einer der Hauptgründe, warum ich hier bin, war unter anderem, weil ich dich kennenlernen wollte. Ja, Dito, Dito, ich habe dich ja auch schon auf dem Schirmens. Ja, und ich habe dich ja auch in den vielen Beiträgen, die ich auf Nuwieso schon gesehen habe und hier auch bei Steinzeit-TV, habe ich dich natürlich aus dem, was du sagst, wie du es sagst und so weiter, habe ich dich natürlich auch schon versucht, ein bisschen zu erspüren. Und habe gemerkt, du entsprichst wirklich dem, was ich vorher schon gespürt habe. Du bist ein leidenschaftlicher Mensch, ich genauso. Und du bist ein neugieriger Mensch und du bist ein gescheiter Mensch. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen und eben sowas passiert, wie ein Tatbestand, der so offensichtlich irgendwo nicht stimmt, dann springen wir da einfach drauf. Wir müssen, wir müssen. Wir können gar nicht anders. Also erstmal danke für die Blumen. Also mein Antrieb ist eigentlich der Leidensdruck der Welt einfach. Dass ich sehe, dass auf der Welt so viel Misere passiert und ich habe relativ einfache Ansätze, wie man das ändern könnte. Jetzt bin ich aber nicht der Präsident von Amerika, wüsste aber trotzdem, wie man das macht. Und wenn aber dann Leute wie in seiner Position, ja, also wirklich die Mächtigen der Mächtigsten, wenn die das versuchen und werden dann von diesem Establishment einfach auf offener Straße kaltbildig erschossen, dann treibt mich das natürlich an, um zu sagen, Moment mal, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist so ein innerer Antrieb, das wird auch nie aufhören bei mir. Ich habe einmal die rote Pille geschluckt und ich kann nicht mehr zurück und ich will auch nicht mehr zurück. Weil das würde bedeuten, alles Gelernte und Gesehene und Verstandene plötzlich wieder wegzugeben. Das geht nicht mehr. Ich meine, Matrix ist ja auch wirklich das Beispiel schlechthin dafür, das will ich jetzt gar nicht groß aufmachen. Aber wenn du halt einmal über diese Klippe gegangen bist, dann gibt es kein Zurück mehr einfach. Ja, das gilt für mich ganz genauso. Und vor allen Dingen, es kommt ja noch, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf jetzt. Wir könnten jetzt noch, wie gestern, auch stundenlang weitergehen. Ich bin mir sicher, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres lesen werden von Ihnen, von Matthias Bröckers oder anderen investigativen Journalisten, dass doch noch das ein oder andere Bild oder eine Akte, die eine oder andere Akte da rauskommt von diesen Akten, die jetzt quasi veröffentlicht werden und das Bild runter wird. Das glaube ich wirklich. Einen kleinen Punkt noch. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, Robert. Das Prinzip, dass Machthaber untereinander das ultimative Mittel gewählt haben und sich gekillt haben, das Entsetzen in Bezug auf Kennedy kommt immer daher, dass man so denkt, erstens mal, so was machen die doch nicht. Und zweitens, schon gar nicht mehr in unserer Zeit. Also wer in die Vergangenheit guckt, weiß, dass das in der Vergangenheit gang und gäbe war. Dass sich da sogar Väter und Brüder und was weiß ich untereinander gekillt haben, um an die Macht zu kommen oder die Macht zu behalten oder zu verteidigen. Das war gang und gäbe, ist auch aktenkundig. Und bei Kennedy ist es halt wie in vielen, vielen anderen Dingen auch so, dieses Bild, wir sind jetzt zivilisiert und wir haben Demokratie und wir haben Freiheit und deswegen passieren solche Sachen nicht. Und alle, die uns regieren, meinen es nur gut und so weiter und so weiter. Das ist aber einfach, das ist naiv. Das ist leider naiv. Und wir sollten aus eigenem Interesse, weil diese Sachen haben ja Auswirkungen auf uns. Das darf man ja nicht vergessen. Die Kennedy-Ermordung und viele, viele andere Dinge auch. Auch der 11. September. Das hat ja Auswirkungen auf uns. Und wir sollten einfach aus dem Grund einfach mal ein bisschen runterfahren und vorsichtiger sein, irgendwelche Leute einfach nur als Verschwörungstheoretiker und Spinner zu bezeichnen. Sondern lieber ein bisschen mehr kritisch und hinterher dann sagen, naja gut, mein Gott, vielleicht, wenn es dann wirklich nachgewiesen ist, dass wir uns irren, dass wir da wirklich einen Hirnfurz hatten. Gut, ich hätte da gar kein Problem mit mir, würde auch keinen Zacken aus der Krone brechen. Aber es ist so relevant und so gefährlich, wenn es denn wahr wäre, was das für Auswirkungen haben kann, dass wir uns davon befreien müssten. Ich meine, ich bitte dich, wenn du weißt, dass in irgendeinem Wald ein Serienmörder rumläuft und nicht astrein klar ist, dass der jetzt gefasst und weg ist, dann laufe ich doch nicht mehr in den Wald rein. Ja, das ist doch der Punkt. Und einfach nur zu sagen, ach Quatsch, wir wissen, es gab einen und der ist weg und der springt da jetzt irgendwo rum und dann einfach zu sagen, ach, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Ja super, dann geh mal in den Wald. Und wenn du dann, ja, das meine ich halt. Ich finde es furchtbar, ich bin ja selber auch Opfer und werde als Verschwörungstheoretiker ab und zu mal bezeichnet. Und ich sage, ich gehe da jetzt immer schon in Opposition, insofern, dass ich sage, Angriff nach vorne, ja, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, aber eigentlich, um es mal von diesem Memen wegzunehmen, bin ich ein Verschwörungssachverständiger. Also ich befasse mich damit nicht, weil ich da irgendwie klugscheißen will und nicht, weil ich da irgendwie mich profilieren will, sondern genau wie du es gesagt hast und das gilt ja auch für dich, ich habe ein Interesse daran, die Welt besser zu machen. Und das nicht zuletzt, weil ich ein Teil dieser Welt bin. So simpel ist das. Ich sage immer, kein Verschwörungstheoretiker, sondern Aufklärungspraktiker. Oder, wie manch einer auch sagt, ein Verschwörungstheoretiker ist eigentlich ein investigativer Journalist. Weil das sind diejenigen, die nachfragen. Und wenn die anderen sich machen, machen wir es eben. So jetzt auch. In diesem Sinn, tausend Dank. Ich freue mich auf das nächste Gespräch bei anderer Gelegenheit. Wir haben bestimmt noch mal die Gelegenheit, in den Ring zu steigen. Dir alles Gute für FreeMainzTV und einfach dranbleiben. Okay, super, Bodo, danke dir. Ja, liebe Zuschauer, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, bis auf den Hinweis, noch mal dieses Buch zu lesen, als Geburtstagsgeschenk, Weihnachten oder sonst irgendwas. Es gibt bestimmt noch eine neue Auflage. Das Ding ist brandheiß. Auch auf MatthiasBröckers.com könnt ihr alles nachlesen zu diesen aktuellen Entwicklungen. Ich bin mir sicher, dass er als einer der wirklich guten Journalisten in Deutschland da ganz genau hinschaut. Und ich sage danke fürs Interesse. Schaut wieder rein beim nächsten Mal bei Steinzeit.